Wir haben folgendes Problem, wir haben eine Datenbank konstruiert, minimalistisch aber doch, und jetzt wollen wir das irgendwo integrieren. Wir haben jetzt so gemacht, dass am Ende sollte man schon S-Verweis haben, aber Suchkriterium, da beim Artikel, die muss in die Wand frei geschrieben sein. Wenn ich eben die Zeitglocke mit I zweimal einschreibe, dann wird es nicht funktionieren, weil Y fällig wäre. Es muss genau stimmen. Und ich gehe auf das.